hallo und herzlich willkommen liebe freunde und salvete auditorius zu einem weiteren kanal update mit mir im tante günne auch bekannt als guter shadow es gibt noch ein paar sachen über die ich ganz kurz sprechen wollte und ein paar sachen über die ich noch schnell informieren wollte auf diesem weg ja zuallererst vielleicht ein update zu europa universalis 4 und zwar da wurde ich gefragt wo meine parts sind dieses let's play together projektes also von dem kruzifix verbot und das ist mir außerordentlich peinlich weil ich erstens vergessen habe euch darüber zu informieren und zweitens weil ich diese parts auf meiner festplatte beim besten willen nicht mehr finden kann ich habe keine ahnung wo sie gelandet sind ich kann mir das nur so erklären dass ich die irgendwie aus versehen gelöscht habe ich weiß es nicht ich finde sie nicht mehr und sind einfach sind einfach weg das heißt also bei mir wird es erst ab dienstag weitergehen mit einem regulären let's play part ich werde vielleicht jetzt irgendwie morgen oder übermorgen noch einen video vorneweg schicken wo ich die timeline zeige und ich hoffe dass euch das gefällt und dass ihr dann zumindest so ein bisschen sehen könnt was ich bei mir so alles getan hat wer gerne das audio und video sehen möchte der kann das noch bei struppi und marvin nachgucken marvin hat glaube ich noch eine gute aufnahme weil bei struppi gab es auch probleme mit dem sound meine ich aber bevor ich da jetzt was falsches erzähle schaut doch lieber dann sonst dort vorbei und ab dienstag gibt es dann auch entsprechende links in den videos wo also in der video beschreibung dann wo ihr dann sehen könnt wie man diese videos nebeneinander gucken kann so parallel zueinander das ist vielleicht für euch ganz interessant ja das wäre jetzt also erst mal dieses eu4 info video gewesen was ich eigentlich vorher hätte schon machen sollen tut mir leid an der stelle dann möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich für das positive feedback zu meinem jahresrückblick bedanken was mir echt sehr gut gefallen hat also da habt ihr mir viel positive kritik und anregungen auch hinterlassen und wir sind auch ganz oft ins gespräch gekommen und es hat wirklich super geklappt dass auch so der tonfall sehr angemessen war wie ich fand das fand ich auch sehr schön und dass man sich das sehr sachlich auseinandersetzen konnte das hat mir auch gut gefallen und ich habe da auch viel von euch noch mal lernen können das fand ich auch sehr aufschlussreich und ich denke dass wir das dann also in diesem jahr mit so einem jahresrückblick dann auch noch mal machen können das hat mich da jetzt eigentlich so ein bisschen auf jeden fall drin bestätigt und das fand ich ganz schön eine sache die ich dazu auf jeden fall noch nachreichen sollte und das ist jetzt das hätte ich vielleicht auch vorher noch mal sagen können und zwar ich habe mich ja sehr um sachliche auch neutrale beschreibung also ich habe mich ja sehr um beschreibungen und analysen irgendwie bemüht und vielen leuten war das vielleicht nicht unbedingt wertend genug also viele wollten auch einfach mal so mein urteil und meine meinung hören und da habe ich mich halt ziemlich mit zurückgehalten das hat vielleicht an der einen oder anderen stelle für ein bisschen irritation gesorgt aber das werde ich dann gerne bei den künftigen videos dann auf jeden fall nachholen zu den kommenden projekten möchte ich auf jeden fall noch sagen es gab ja fragen von euch was jetzt alles noch so kommen wird und womit man rechnen kann derzeit ist es ja so dass ich ein rom 1 projekt am laufen habe mit den spaniern parallel dazu läuft noch mein eu4 projekt weiter mit dem uncommon wealth achievement es ist so dass ich da viel hin und her überlegt habe und ihr mir ja auch ganz viele vorschläge gemacht habt dass man vielleicht noch dieses guarantor of peace achievement bekommen kann und ich glaube das werden wir dann auch tatsächlich machen auch wenn ich in dem video hinten in den videos hin und wieder da mal sage ich mache es dann doch nicht also ich glaube ich werde dann doch versuchen dieses achievement noch zu bekommen das für euch noch als info und da noch mal vielen dank für die positive kritik auch für die konstruktiven rückmeldungen das fand ich auch sehr schön es wird also jetzt erst mal mit rome total war in der total war serie hauptsächlich weiter gehen und dann habe ich überlegt noch mal einen civilization 4 let's play dazwischen zu schieben und da war die überlegung unter anderem auch weil mich doch viele zuschauer darum gebeten haben und dann könnte man das jetzt tatsächlich auch echt noch mal angehen müssen wir mal gucken ich werde demnächst damit anfangen das aufzunehmen ich kann nur noch nicht genau versprechen wann es dann kommen wird ich muss einfach mal schauen vielleicht finden wir da auch noch vielleicht so einen kleinen historischen exkurs ich bin auf jeden fall gespannt das soll jetzt aber nicht heißen dass das irgendwelche let's play projekte von mir vollständig ersetzt sondern das wird viel mehr eigentlich hinzugenommen werden zu den aktuell laufenden projekten wahrscheinlich mit einem part pro woche weil ich nicht so viel output leistung momentan da generieren kann und da schon so ein bisschen am limit bin und ja ich muss ein bisschen mit meiner energie haushalten dass ich mich da nicht total übernehme gefragt wurde außerdem noch nach einem möglichen projekt zu rome 2 total war auch das möchte ich gerne noch wahrnehmen vorher werde ich allerdings auf jeden fall noch mein medieval 2 total war let's play projekt bringen ich muss mal schauen was sich in der zeit auch noch bei warhammer entwickelt ob da noch mal neue dlc kommt oder eine neue fraktion dann würde ich dazu vielleicht noch eine kleine priorität einräumen aber ihr seht also an projekten wird es dann nicht mangel und das wird auf jeden fall weitergehen und keine sorge es ist bei mir eigentlich immer nur eine frage der zeit aber ich bin ja da immer will ich eigentlich auch auf eure vorschläge einzugehen zu guter letzt jetzt bei dem kanal update heute noch zwei hinweise auf community ereignisse auf die ich hinweisen möchte das erste ist der kalimo mit dem ich ja das rom 2 projekt das together projekt mit den galatern mache der hat sich jetzt wieder zurück gemeldet er hat jetzt wieder mehr zeit um aufnehmen zu können das heißt also ich werde versuchen mit ihm mein projekt erstmal weiter fortzusetzen er hat aber auch selbst noch weil er jetzt gerne wieder mehr videos produzieren möchte eine abstimmung gestartet wo er um rückmeldung bittet und ich habe euch dazu mal einen link in die video beschreibung gepackt und da könnt ihr euch dann bei ihm melden und ihm eine rückmeldung geben was ihr für projekte auf seinem kanal gerne sehen wollen würdet und da hoffe ich natürlich dass auf jeden fall strategie spiele ja durch gewartet werden der wird übrigens auch third age total war zur wahl stellen und für alle die das bei mir vermissen den kann ich doch nur empfehlen geht dann doch auf seinen kanal und schaut dann doch da mal rein wie gesagt link folgt hier in der video beschreibung und vielleicht seht ihr den auch seht ihr den link auch in den anmerkungen wenn ich mich daran erinnert habe und ihn reingepackt habe und als letzter hinweis an der stelle noch eine information zu einem community event das wird gerade von pro ace den kennen die ein oder anderen vielleicht auch die mal replays auf pilos kanal von ihm gesehen haben das ist ein sehr talentierter schug und zwei spieler und der veranstaltet auch ein schug und zwei turnier und der würde sich da freuen wenn noch leute bei ihm mitmachen es gibt sogar auch was ordentliches zu gewinnen den link dazu findet ihr eben auch in der video beschreibung oder ich schaue ob ich sie noch mal in den annotationen verlinken konnte im video ich glaube damit habe ich jetzt erstmal so das wichtigste getan ich hoffe ihr gebt mir noch ansonsten rückmeldung falls ich irgendwas wichtiges vergessen habe ftl wird es in bälde auch noch mal geben das wurde ja auch noch mal gewünscht da haben wir auch noch ein paar raumschiffe die wir spielen müssten und ich wünsche euch ansonsten erstmal alles gute habt noch ein schönes restwochenende und guten start in die woche in diesem sinne bis bald pax wubis cum valete